Höhöhöh! Ein Winzer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Aber ich weiß nicht, dass es nicht ausreichend ist. Aber ich weiß nicht, dass es nicht ausreichend ist. Also, ich weiß nicht, dass es nicht ausreichend ist. Ich weiß nicht, dass es nicht ausreichend ist. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das passt da nicht hin, Milo. Gebt uns nur ein Ziel. Alter, ich glaube ich spinn. Was ist das? Hast du ein Arschhopfen oder was? Meine Höhlinge. Gut, unsere Bögen sind ungeduldig. Der Hackel mit Stress? Was? Wir kriegen meine Mongos aufs Pferd. Was für Mongos denn? Ja, Ritter oder? Ritter kriegt man aufs Pferde. Ja, dann brauchst du eine Stelle. Dann? Ja, dann wenn du Pferde hast. Dann klickst du auf den Ritter, dann kannst du ihn bereiten. Ich kann mir die Ritter einzeln nennen oder was? Die Ebenen werden erzittern. Reitet wie der Wind. Ähm. Check. Nee. Hä? Du baust nen Stall. Dann klickst du auf den Ritter. Dann gibt's da unten so ein Symbol. Dann kannst du draufklicken. Dann steigt er aufs Pferd. Echt Symbol. Ja, so ein Reitding Symbol. Machen wir uns auf! Ja! 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 Boastort! Was ist das Problem? Oh, mächtiger Sultan! Boast, Uite! Zuh slimere! plantationen. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Komm, den hauen wir jetzt an. Hauen wir jetzt an. Nee, ich check's echt nicht, wenn ich auf den Ritter gehe. Also du hast gerade ein paar Ställe gebaut, hast du, okay. Ritter, wo ist ein Ritter? Ich hab einen Ritter ausgewählt. Ja, wo ist der? Der steht da rum. Ja, der muss schon auf dem Boden stehen, ist ja schon klar, oder? Okay, der steht halt auf dem Boden. Ja, ich kriege schon gerade bei dir, du hast Schwertkämpfe, aber keine Ritter. Was sind denn Ritter dann? Ja, klick mal auf deinen Dingenson da, dann siehst du. Aber du musst sie erst noch befördern, oder wie, oder, hä? Ich muss die noch befördern, oder was? Hä, ich meine, du kannst Schwertkämpfer bauen. Du kannst aber auch Ritter bauen. Wenn du auf deine Unterkunft draufklickst. Äh, ich kenne. Schwertkämpfer. Nö, geht auch kein Ritter. Ja. Ja, du musst ja jetzt noch befördern, hast du ja genug Ehre? Ja, ich bin Barron. Äh, es gibt noch zwei Stufen drüber. Ja, 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 ja. Ihr habt nicht genug Gold, um diese Einheit auszubilden. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Waffen benötigt, Sire. Wir brauchen Holz, mein Lord. Was bekümmert euch, Sire? Vorrücken! Weiter! Hey, warum kann ich denn jetzt keine... Beeilung! Hä? Hä? Was ist los? Äh... Keine Häuser mehr hinbauen. Das so, weil du eine Maximalanzahl an Bauern schon erreicht hast. Das ist ein Multiplayer-Matcher ist leider so, damit das Spiel nicht crasht. Und damit es ein bisschen gebalanced ist. Ich hab keine Bauern mehr um... Also ich hab maximal 120, mehr kann ich nicht haben, du wahrscheinlich auch, oder? Ja, scheiße. Soll ich damit machen jetzt? Keine Ahnung, schau, dass du irgendwo ein paar Bauern wieder abziehst. Ja, ich weiß auch wo. Ich nehm mich den Job weg, ey. Was, ob ihr so viel im Knast, oder was? Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Ich weiß, ich hab's Essen auf maximal und es wird trotzdem immer mehr. Hm. ... ... ... ... ... ... ... zu unser beider Schicksal ist eines unsere Bögen werden singen wir sind bereit in Bewegung Achtung mein Schwert ist das eure in den Kampf vorwärts hier lang ich folge eurem Banner nach vorn sagt nur was ich tun soll ich würde gerne hacken über den Haufen schießen oder brauche ich mehr mehr Einheiten eigentlich brauche ich nicht mehr Einheiten ich brauche nur mehr Gold ich würde gerne hacken über den Haufen schießen würde ich mitmachen da braucht man aber mehr Gold Kacke ah fuck ja 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 Das passt da nicht in, mein Loh, das passt da nicht in, mein Loh. ein bauer hat das gesetz gebrochen passt da nicht team was habe ich verpasst das passt da nicht hin weil du warst anständig man kann das ist dann aufregend ist okay sagt er da ist party hat das ist was ich habe keine truppen ich bin total blank kacke ich bin so pleite pleite als pleite verstehst du was bringt der ein boots krieger er kann über das wasser schwimmen der kann der kann auch durch den burggraben ja super was hilft ihm wenn dahinter band ist naja der kann gut burggraben ausheben ach so haki bist du da bist du der boots krieger ach du so wer wird angegriffen was ist euer begehrt ein bauer hat ein gesetz gebrochen mein herr was ist ach der heimbach ich hab ein ding von mir eingenommen ach der heimbach mit ländereien ein hier so schaust du auch aus hakl hakl der imperator hat seine ländereien rekruten benötigt ich bin dann mal wieder weg rekruten 0 die geschichte wartet vereilung meine brüder ah der pfiffer wir gesellen uns zur jagd soll es der global player da immer auch noch mitmischen spas ah die mittlere länderei ist schon geil wollte ich mir gerade holen da war da gerade seine pisse reingestellt oder bist du das was nähe nähe da wird er das sache ist eine flagge so ist der behindert warum? warum schickt er einen Bootskrieger zu mir rüber? du musst zugeben das sah ziemlich amüsant aus hat er einen Bootskrieger rüber ne 10 oder so ich weiß nicht ob das ein versuch der Siege war aber er ist echt kläglich daran gescheitert da ja ja ich weiß nicht Was machen deine Pisser eigentlich? Wo machen meine Pisser was? Was machen deine Pisser bei mir vom Tor? Ja das ist meine Länderei, deswegen stehen da meine Pisser. Ganz einfach, wie soll da meine Pisser stehen? Rekruten benötigt, Sire. Rekruten benötigt, Sire. Rekruten benötigt, Sire. Ja leck mich doch am Arsch. Deine scheiß Ländereien. Du bist ein kleiner Randalierer, weißt du das? Alter ich fliege sogar bis dahinter, du musst mich verarschen. Du hast gerade ein kleines Kind getroffen, bist jetzt glücklich. Ja. Du bist ein kleiner Schäuzen. Und da ist die Höfe an der Ernst consumiert. Du bist das Schäuzen ist. Vielen Dank.